Was aber auch überall hier rumliegen muss, diese Smartphones und Sachen. Ist für mich ein Widerspruch, wie du das aufziehst. Retweet. Ja, dann ist es eben ein Widerspruch. Ah, shit, fuck. Frag eine Maschine, was willst du überhaupt? Und dann schau dir die Antwort an, die sie dir gibt. Und dann frage dich selbst, würdest du einem Menschen vertrauen, der auf diese Frage eine Antwort wie die gibt, die du vielleicht von der Maschine kriegst? Es werden uns eines Tages die gebratenen Tauben ins Maul fliegen und zwar, um uns das Maul zu stopfen. Auauauaaaaaaah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017